Das ist der Mann-Gipfeltreffen. Zwei Porsche ganz besonderer Art am Bilsterberg Driving Business. An einem Samstag im Oktober 2020, anlässlich der vierten und in diesem Jahr abschließenden Folge von Bilsterberg Cars & Faces. Das ist zum einen im Bildvordergrund der Krämer Porsche 997 K3R, um den es im Juli hier gegangen ist. Damals gibt es wirklich den dreimaligen Sieger der 24 Stunden von Le Mans. Und der hat heute einen ganz illustren Bruder zur Seite gestellt bekommen, nämlich einen originalen Krämer Porsche 935 K3 des Jahrgangs 1980. Das ist eines der drei Fahrzeuge, die damals ausgeliefert worden sind an Ted Field und an sein Interscope Insa Racing Team in den Vereinigten Staaten. Danny Ongais aus Hawaii und Ted Fieldtricks persönlich waren damals die Piloten. Und diesem originalen 1980 produzierten Porsche 935 nachempfunden ist der Porsche Krämer 997 K3R, der sich als ein liebgewonnener Überraschungsgast hier in der Boxengasse eingefunden hat. Und ich bin wie immer ihr und euer Carsten Krome. Und ich bin raus. Dankeschön!